Gibt's das auch in Groß? Gibt's das auch in Schaaf? Gibt's das auch in XXL? Sonst macht es keinen Spaß. Gibt's das auch in Groß? Gibt's das auch in Laaf? Ich kann's gebrauchen bei nem Mann. Ich geh gerne mit dir shoppen, warum nicht? Und ich zwäng mich hin, das engste Kleid für dich. Ich komm raus aus der Kabine und du fragst die Azubine. Du Sabine, rennst du bitte nochmal los und holst es sie in Groß? Und irgendwann kommt dieser Tag, an dem ich selber auch mal sag. Gibt's das auch in Groß? Gibt's das auch in Schaaf? Gibt's das auch in XXL? Sonst macht es keinen Spaß. Gibt's das auch in Groß? Gibt's das auch in Laaf? Ich kann's gebrauchen bei nem Mann. Und dann kam dieser eine Tag, an dem ich's ausgesprochen hab. Es war im Haushaltswarenfachgeschäft und der Verkäufer sagte, das ist echt ein schönes Messer für jeden denkbaren Zweck. Ich sagte, es ist echt perfekt. Aber gibt's das auch in Groß? Gibt's das auch in Schaaf? Gibt's das auch in XXL? Sonst macht es keinen Spaß. Gibt's das auch in Groß? Gibt's das auch in Laaf? Ich kann's gebrauchen bei nem Mann. Ich kann's gebrauchen bei nem Mann. Ich kann's gebrauchen bei nem Mann. Gibt's das auch in Groß? Und in Schaaf? Und in Laaf? Ich kann's gebrauchen bei nem Mann.